Rechtschreibung ist ja auch ein Stück kulturelle Identität, gerade unter uns Deutschen. Daher ging es bei diversen Rechtschreibreformen ja immer gleich auch um Leben und Tod. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Und dafür braucht es natürlich auch immer eine Bibel. Die Bibel der deutschen Rechtschreibung. Genau. Heutzutage überwiegend unter doden.de. Früher natürlich auf Papier. Vor 140 Jahren erschien in Leipzig der erste Duden. Den geradezu revolutionären Umtrieben eines Schulmeisterleins muss ein Ende bereitet werden, findet der eiserne Kanzler. Und verbietet allen preußischen Behörden 1881, dessen neue Rechtschreibung zu benutzen. Bei gesteigerten Ordnungsstrafen. Der Mann, der den Zorn Otto von Bismarcks erregt, ist Konrad Duden, Gymnasialdirektor in Hersfeld. Und seine umstürzlerische Tat kommt scheinbar harmlos daher. Vollständiges orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Duden stammt aus dem Rheinland, hat vier Semester Philologie, Geschichte und deutsche Literatur studiert und arbeitet danach als Lehrer. Nur, wie soll er Schülern die rechte Schreibung beibringen, wenn es dafür gar keine Regeln gibt? Jede Schule, im Zweifelsfall auch jeder Lehrer nach eigenem Gusto entscheidet. Auf dem Gebiete der deutschen Rechtschreibung herrscht augenblicklich ein unerquicklicher und namentlich für die zum Lehren berufenen unbefriedigender Übergangszustand. Seit man vom Baume der Erkenntnis gegessen hat und auf die Mängel der überlieferten Rechtschreibung aufmerksam geworden ist, hat die harmlose Unbefangenheit im Gebrauch des Alten aufgehört. Und doch gibt es kein Neues, das sich hätte an dessen Stelle setzen können. Letzteres, ein Seitenhieb auf Jakob Grimm und seine Jünger, die eine am Mittelhochdeutschen orientierte Rechtschreibung wollen, spöttisch die Löffel-Partei genannt. Duden gehört zur Löffelfraktion, verpflicht den Grundsatz, schreib, wie du sprichst. Dahinter steckt mehr als eine akademische Diskussion. Für Duden ist eine einfache Rechtschreibung eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Die Schrift ist nicht für die Gelehrten, sondern für das ganze Volk da. Und dieses verlangt nichts weiter von der Schrift, als dass sie genau und dass sie leicht zu handhaben sei. Wir halten es für ein entschiedenes Übel, wenn es eine Rechtschreibung für die Gelehrten, eine für das Volk gibt und dadurch die Kluft zu beiderseitigem Nachteil noch vergrößert wird. 1872 erscheint sein erstes Wörterbuch, der Schleizer Duden genannt, da Duden zu der Zeit das Gymnasium in Schleitz leitet. Doch vom Fürstentum Reus' jüngere Linie aus kann er die Rechtschreibung nicht reformieren. Und so wechselt Duden vier Jahre später nach Hersfeld in den preußischen Schuldienst. Es ist das Jahr, in dem sich in Berlin Experten aus Preußen, Bayern, Württemberg und Baden treffen und eine einheitliche Rechtschreibung verabreden. Bismarck, in dieser Sache erzkonservativ, wischt die Expertenvorschläge vom Tisch und lässt eine preußische Rechtschreibung erarbeiten. An diese lehnt sich Konrad Duden an, als er 1880 sein Wörterbuch erarbeitet. Versichert aber im Vorwort, sie sei Nichts weniger als das Ideal des Verfassers, aber von allen Orthographien ist sie die beste, weil sie die meiste Aussicht hat, zur Alleinherrschaft in Deutschland zu gelangen. So kommt es. Das Wörterbuch wird zum Bestseller und setzt die Normen für die deutsche Rechtschreibung. Trotz Bismarcks Verdikt auch in den Amtsstuben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017